So, wir brauchen jetzt noch ein paar Schnittbilder. Mach's schnell, wir haben nur noch 30 Minuten, wir müssen noch das Video machen. Ja, halt dich mal raus jetzt bitte. Ich sag's so. Nimmst den Kescher und läufst einfach quasi von der Stufe hier nach vorne und haust den Kescher da so rin und willst da halt das rausholen, ja? Was? Verstehst du? Ich will quasi hier was rausholen jetzt. Genau. Aber du läufst, kommst von hier angelaufen ins Bild rein. Ja. Junger Mann, komm mal bitte hier zurück. Ich hab was gefangen, scheiße, das muss raus, oder? Auf jeden Fall muss das raus, das muss raus. Das liegt ja jetzt schon, das siehst du gerade, ja? So ein schöner... Braucht ihr dafür Musik? Nein, wir machen Schnittbilder. Ich hab 40 Grad viel auf. Ich sag dir jetzt schon mal. Sascha, hast Bock? Und bitte. Ich hatte's fast hingelegt. Ja, das war schön. Warum machst du nicht weiter? Perfekt, ist doch perfekt, reicht doch. Ja, das ist doch für Schnittbild. Es reicht doch. Du musst doch rausholen jetzt das Ding. Wieso? Da ist doch nichts drin. Da ist doch nichts drin. Da ist doch CGI drin. Da ist doch kein Fisch drin. Jetzt aber gleich. Scheiße. Jetzt ist der Ton nass. Das stinkt nach Fisch, Alter. Ist das ekelhaft. So. Ich umarm dich gleich, wenn du Jack aus hast. Ich mag die eigentlich. Aber das ist in Ordnung. Wir haben es, Schnittbild. Sascha ist durch. Dankeschön. So was musst du sagen. Wir gehen. Nochmal. Das war's. Spassido.